Ja, schauen wir uns noch das nächste Thema an. Multiline-Felder ist jetzt technisch auch nichts Neues. Das gab es auch schon in den Vorgängerversionen, aber hier hat man das jetzt auch schon in der Standard-Applikation an einer Stelle umgesetzt. Ich gehe hier mal in ein Angebot hinein und wenn man hier im Angebot auf dem ersten Reiter allgemein auf Mehrfelder anzeigen klickt, normalerweise ist dieses Feld ausgeblendet, aber wenn ich jetzt hier Mehrfelder anzeigen wähle, dann kommt hier ein sogenanntes Multiline-Feld dazu, das heißt hier Arbeitsbeschreibung und hier hat der Benutzer die Möglichkeit, einen beliebigen Text zu hinterlegen und das Ganze auch noch mehrzeilig. Vielleicht hier ganz kurz zur Technik im Hintergrund. Diese Arbeitsbeschreibung, das ist ein ganz normales Blobfeld, das hier angelegt wurde. In der Page wird es dann eingeblendet. Da gibt es dieses Property Multiline und dann werden im Hintergrund Funktionen aufgerufen, die sich darum kümmern, diesen Text in dieses Blobfeld zu schreiben bzw. aus diesem Blobfeld herauszuholen. Und zwar, ich wechsle jetzt ganz kurz in das Development Environment. Wir haben ja hier die Tabelle Temp Blob. Die ist selbst auch nicht neu, aber in dieser Tabelle, wenn ich jetzt hier in den Code Editor kurz hineinschaue, hat man eindliche Funktionen mit aufgenommen. In der Version 2016 gab es nur die Funktion Read as Text. Hier hat man jetzt auch Write as Text und so weiter hineingegeben, um das Ganze für Masken, aber auch für Reports nun besser und einfacher anwenden zu können. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr selber diese Funktionen ausprogrammieren und kann auf diese hier zurückgreifen. Wie gesagt, ich habe gerade hergezeigt, ein nettes Beispiel befindet sich in der Angebotsmaske. Da kann man anschauen, wie dieser Aufruf dann genau gesteuert ist, falls man das umsetzen möchte für seine eigene Lösung.